Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Heute wieder mal ein Blick auf den Innenhof. Der Bau der Stege und der Wettereinhausung geht stetig voran. Heute Morgen wurde wieder ein Element nach oben gehoben. Unten rechts sehen wir die zwei nächsten Elemente. Die dann diesen Steg vervollständigen. Und noch ein Blick auf das kleine Übergangsstück zum Wohnortbau. Das ist letzte Woche fertig betoniert worden. Wir dachten den Steg. Wie? Wir dachten die Schmutzung. Wir dachten die Schmutzung. Ich habe so eine Freundin öffnet, die sich das eigentlich mal interessiert hat. Ich kann dir auch mal bezeichnen. Ich kann dir auch mal nutzen. Schmack. Untertitelung des ZDF, 2020 Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ciao!